Okay, als dritte Übung habe ich mir ein bisschen was Torwart-Spezifisches ausgedacht. Auch eine Stabilisationsübung, wo ihr auch ein bisschen Power in eure Arme reinbekommt und stabil bleibt. Das ist sehr wichtig als Torhüter. Und zwar gehen wir dann auch in die Liegestützposition. Ich werde gerade jetzt assistiert, also mir werden gleich Bälle zugeworfen und ich muss mit einer Hand den Ball fangen. Das ist ein 2-Kilo-Medizin-Ball, kann man natürlich auch schwerer machen und den Ball zurückwerfen. Wir fangen mal an mit der rechten Seite. Fangen und wieder zurück. Links, auch fangen, wieder zurück. Steigern wir jetzt, indem ich fange, am Arm durchgehe und so zurückwerfe. Andere Seite genauso. So, jetzt steigern wir das nochmal. Jetzt sagt mir der Werfer nicht mehr an, wo er hinwirft. Ich muss quasi reagieren. Schauen wir auch mal. Genau. Zurück, wieder die Seite zurück, andere Seite zurück. Okay. Da werfen, wieder zurück. Okay. herb. Okay. Okay. Ich bin der Werfer nicht mehr an. Ich bin der Werfer nicht mehr an. Okay. Vielen Dank.